Man könnte den Eindruck gewinnen, dass ganz Österreich über das Plastikflaschenpfand spricht. Wie das Plastikflaschenpfand rechtlich funktioniert, mit dem wollen wir uns in dieser Ausgabe von drei Minuten Umweltrecht ein wenig näher auseinandersetzen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Das Plastikflaschenpfand. Das Plastikflaschenpfand heißt gar nicht Plastikflaschenpfand, sondern es ist ein Pfand auf Einwegverpackungen, Einweggetränkeverpackungen, um ganz genau zu sein. Und es ist in Österreich im Abfallwirtschaftsgesetz näher geregelt. So viel wie medial darüber berichtet wird, so unspektakulär ist eigentlich die Rechtsgrundlage oder die rechtliche Umsetzung dieses Plastikflaschenpfandes. Genau genommen braucht es nämlich im Abfallwirtschaftsgesetz einen einzigen Paragrafen, der nur aus zwei Absätzen besteht, dazu nämlich den Paragraf 14c. Der regelt, dass eben auf diese Einwegkunststoffgetränkeverpackungen ein Pfand einzuheben ist. Nicht mehr und nicht weniger. Der zweite Absatz im Paragraf 14c Abfallwirtschaftsgesetz sieht dann vor, dass die zuständige Ministerin eine Verordnung dazu erlassen kann, wie denn die Regelungen näher ausgestaltet werden, wie denn dieses Einwegflaschenpfand genauer zu funktionieren hat. Viel mehr definiert der Gesetzgeber dort auch nicht. Das bedeutet, dass in dieser Verordnung zum Beispiel die Höhe des Pfandes festgelegt werden könnte oder dass in dieser Verordnung festgelegt werden könnte, was beispielsweise mit dem sogenannten Pfandschlupf passiert. Das heißt, mit dem Geld, das nicht mehr an die Konsumenten wieder zurückgegeben wird, weil die Konsumenten schlichtweg die Flaschen, die Plastikflaschen nicht wieder zurückbringen. Dieses Geld kann auch in dieser Verordnung zweckgebunden werden. Das heißt, es ist nicht so, wie vermeintlich der eine oder andere Artikel in den Medien vermuten ließe, dass dann die Handelskonzerne mit diesem Pfandschlupf machen können, was sie wollen, sondern es wird abzuwarten sein, was in dieser Verordnung der Ministerin drinstehen wird, wie zum Beispiel mit dem Pfandschlupf eben umzugehen sein wird. Wir werden also insgesamt, bis wir genau wissen, wie das mit dem Plastikflaschenpfand funktioniert, jedenfalls die Verordnung der zuständigen Ministerin abwarten müssen und wir werden uns dann selbstverständlich alle daran halten müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017